Willkommen zu ORS Hardcore Spezial. Wir haben uns diesmal echte Gegner ins Haus geholt. Und zwar Schüler des Gymnasiums Oberhaching, gegen die wir wahrscheinlich verlieren werden. Wie ihr wisst oder wie ihr mitbekommen habt, habe ich die letzten vier Folgen ORS Hardcore immer verloren. Und damit auch ich mal Siegchancen habe, habe ich mir den alten Hasen und Progamer Tages in mein Team geholt. Und wir spielen heute im Spiel Rocket League gegen die besten Schüler des Gymnasiums Oberhaching. Aber damit ihr euch auch die Besten herauskristallisieren könnt, macht ihr erstmal ein kleines Turnier und gegen die Besten treten wir dann an. Also, viel Spaß! Wir legen los mit dem ersten Spiel und ich bin hier auf der Seite von Team Orange. Oh, das erste Tor und? Oh, schade. Oh, schade. Ja, Blau erhöht den Druck. Und wo geht's? Nein, falsches Tor! Aber ein schönes Eigentor. Das nächste Eigentor. Ja, und? Ich gehe auf die andere Seite. Ne. Der geht direkt rein, oder? Der geht direkt rein, oder? Ja. Ja. Bei den beiden. Alle in Neuachen. Ja. Genau. Jetzt nicht über alles. Oh, und noch ein Eigentor. Das sind alles gezielte Tore. Das ist alles Taktik. Ach so. Ich wollte, dass sie bei Laune bleiben. Ja, klar. Nein? Ja, jetzt nochmal. Ja. Sehr schön. Team Blau hat gewonnen. Also ihr seid schon mal auf jeden Fall eine Runde weiter. Ihr dreht dann gleich gegen die Gewinner. Die gehen gegen die Gewinner aus dem nächsten Match an. Genau. Auf der Seite haben wir hier das blaue Team. Auf der anderen Seite das orange Team. Los geht's mit Spiel Nummer zwei. Oh, jetzt. Der sieht gut aus. Und da. Blau ist echt gut in der Abwehr. Jetzt. Und? Das erste Tor. Ja. Sehr schön. Der Ball ist immer gut vom blauen Tor. Und jetzt. Oh, oh, oh. Nein. Tarkis, hättest du ihn reingemacht? Ja. Leo kicken rein. Scheiße. Scheiße. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Er rollt gerade nach so einem Tor. Nein, nein, nein. Gebeck. Nein! Nein! Und den Ball selbst wieder rausgeholt. Nein, 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 nein. Und? Oh. 3-0 jetzt schon. Das ist einfach wie bei uns auch. Das macht der Dennis dann auch immer so. Der tut dann auch nur so. Ja, das stimmt. Oh, Tarkis. Du spuckst gerade echt große Töne, ne? Und nachher verlieren wir. Ich fährt voll. Aber dann schieb ich's auf den Controller. Oh, das war nett. Nein! Nein! Ja. Nein, nein, nein. Ja, warte. Falsche Richtung. Umdrehen. Ah. Ja, aber du nicht. Oh, der schon. Nein, nein, nein. Krass. Das sieht wieder gut aus. Habe ich nochmal Nachschuss? Ja. 30 Sekunden, ne? Ja. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nicht noch ein Besses, bitte nicht. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. So gut. Sehr schön. Das ist gerade das Gewinner-Team. Diesmal hat Team Orange gewonnen, also haben wir gleich ein Match, Blau aus dem ersten Spiel gegen Orange aus dem zweiten Spiel. Kommen wir zum finalen Match der beiden Gewinner-Teams. Wer dieses Spiel gewinnt, tritt dann später gegen Dennis und ich ab. Ja. Und los geht's. Ah, mit einem Torschuss. Nee, war alles gezielt. Nein, der ist eine Vorlage. 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 Ja. Ja. Ja, ein Tor. Ja, ein Tor. Krass, nein. Aber nur vor. Ja. Oh, der ist drin. Ja. Hau ihn rein. Krass. Ja. Nein, nein. Oh. Hey. Der wollte eigentlich gar nicht rein, der wurde ja quasi zwangsweise gar so. Boah. Ja, der ist drin. Ja, der ist drin. Der ist drin. Nein, du vergesst! Nein, du kannst noch ein Teil, der habe ich nicht geschossen. Auf, das ist nicht gut. Nein. Nein. Ja. Noch eine Minute und 50 und es steht 2 zu 3 für Orange. Nein, nein, nein. Das ist nicht aus. Ja, super. So, wer jetzt ins Finale will, der muss sich nochmal anstrengen. Das sage ich in Richtung Blau. Da sitzt auch ein Dennis, gell? Ja. Also ein Dennis wird sicher. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 16 Sekunden, das ist vielleicht Finale, Tor. Nein. Mit der letzten Sekunden. Noch 7, 6, 5, 4, 3, ... Ja, der ist weg, der geht nicht mehr. Vier, ich halte ihn an der Wand, ich halte ihn an der Wand, ja. Nein. Ja, ja, ja. Glückwunsch. 4, 3, 3. Also wir haben auf jeden Fall einen Ausnahmetalent, stand da mit vier Toren. Fünf, ein Eigentor. Das sieht natürlich nicht gut. Damit haben wir auch das Gewinnerteam. Und zwar euch beiden und gegen euch treten wir jetzt an. Sorry, dass ihr verloren habt. Aber ihr habt das Beste gegeben, was ihr hattet. So, willkommen zum finalen Match. Team Blau und Team Orange. Wir stehen aus Takes und mir. Also Takes streng ich an. Ich will nicht verlieren und am Ende gibt es für den Verlierer dann wieder eine Strafe. Möchtest du kurz sagen, was die Strafe sein wird? Ja, eigentlich ist es ein Teller voll mit Schokoküssen. Hände hinten und dann muss man die Schokoküsse essen. Wir dürfen leider keine krassen Strafen mehr machen. Es wird kein Tränengas geben, kein Elektroschocker oder sowas. Deal, No Point. Das darf man nicht mehr machen. Nein, das müssen ja nicht alle Teammitglieder machen. Das reicht einfach. Wenn ihr gewinnen und wir verlieren, dann müssen wir es essen. Genau. Wenn wir verlieren, du Dennis. Ja. Also die Strafe bleibt an einem Dennis hängen. Finde ich gut. Also. Los geht's, oder? Okay. Oh Gott. Oh, keine Ahnung. Achso, wir sind orange. Wir müssen die anderen sein. Wir sind jetzt vorbeigefahren. Wo hast du es noch mal gemacht? Also du musst auf jeden Fall nicht blinken. Was? Du musst nicht blinken, wenn du... Wo sind wir nicht? Oh, oh, oh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, Takis, wo bist du denn? Hier! Kümmere dich immer um den scheiß Ball. Nicht in dem Ton, sonst musst du nachher die Fugel. Tackles. Ich bin Richtung der Pferde. Du bist gar nicht Richtung der Pferde. Doch, hier bin ich. Da, siehst du, ich schieße jetzt das erste Tor im Spiel. Ah, falsche Richtung. Tackles. Leg den Ball vor, jetzt in die Mitte. Er kommt. Nicht vorbeifahren. Okay. Warte, 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 ich hab den. Nein. Ja. Das gibt's doch nicht. Das wird eng für dich. Ja, du warst in der Abwehr. So, ich hol den Ball. Ich hol den Ball auch. Nein, du bist so weit weg. Geh mit in die Volllage. Einfach in die Mitte. Der ist doch in der Mitte. Bleib ruhig. Tackles. Wieder zurück. Tackles, jetzt, geh in die Mitte, geh in die Mitte. Nein, der ist drin. Eins, eins. Eins, bitte. Guck mal hier, wie kontrolliert ich den Ball da reingeführt habe. Ich wollte dich noch wegstupsen. Ja, super. Sehr gut. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich kippe mir selber eine Vorlage. Warte. Nee, okay. Moment, Moment. Jetzt. Nein, nein. Jetzt. Ja. Ja, ich komme, ich komme. Weg, weg. Moment, Moment. So, jetzt, jetzt. Nein, nein. Raus, da. Nein. Das war doch so knapp. Boah, das ist gar nicht so einfach. Jetzt. Und? Das ist in der falsche Richtung. Aber ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Boah, so... Warte, warte. Moment. Oh, oh. Oh, voll vorbei. Ich habe kein Problem, ich habe ihn. Ich schieße nach vorne, genau. Wo bist du? Genau. Wo bist du? Ich folge den Ball, aber... Ja! Ein Tor. Ja. Geil. Komm, gibts mich falsch. Nein, ich gehe falsch. Nein, ich gehe falsch. Nein, ich gehe falsch. Komm, geht's aber nicht. Ich gehe drauf, bleibt in hinten. Wo bin ich? Und wenn er sich stehen auf der Stelle... Ich komme, ich komme. Ja! Ja! Das ist auch zu uns, ja. Aber guck mal, meine perfekte Vorlage. Guck mal. Aber guck mal, wie ich von hinten nach... Guck mal, guck mal. Ja. Mit Fuß. Und jetzt, Vorlage, komm. Moment, Moment, Moment. Jetzt. Eins. Und... Oh! Ich habe Frau Geller, jetzt. Sie schafft es. Und jetzt. Oh! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe Fuß, ich habe Fuß. Ich habe Fuß. Ja! Wieder ein halbentor. Jetzt hat sie das jetzt geschossen. Das war ein halbentor. Ach gut. Ach so. Hier bin ich, pass auf, pass auf. Ach, der wäre auch so reingegangen. Ich höre mich schon, pass auf. Also... Ich wollte jetzt eigentlich so reinkriegen. Oh man! Aber wir dachten schon, wir verlieren, deshalb versuchen wir wenigstens noch vorwärts zu schießen. Sehr gut. Das ist eine gute Einstellung. Fünf Sekunden noch. Wir haben gewonnen. 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 Geil. Wir haben gewonnen. Jetzt weiß ich auch mal, wie es der Tag ist. Normalerweise immer fühlt, wenn er gegen mich spielt. Obwohl ich jetzt auch gar nicht so schlecht war. Tag ist. Du warst ja nur Deko in diesem Spiel neben mir. Es hat gereicht, ja. Genau. Aber ich bin auch mal froh, keine Strafe über mich ergehen zu lassen. Das müsst ihr diesmal machen. Das ist euer Part. Die Strafe ist aber zum Glück halbwegs normal. Ihr müsst drei Schokoküsse essen. Beziehungsweise du musst es an dieser Stelle machen mit den Händen hinter den Rücken. Ja, und ich muss einfach sagen, Dennis kriegt wieder die Bestrafung. Aber diesmal nicht dieser Dennis, sondern dieser Dennis. Also Hände hinter den Rücken und los geht's. Wenn man das Bestrafung nennen kann. Einfach ganz frei. 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 Die Bestrafung ist durch. Einmal noch schön in die Kamera schauen. Die Liebligen hier. Also was einmal im Internet ist, bleibt im Internet. In dem Sinne kommen wir zum Ende von OBS Hardcore Spezial. Mit einem glücklichen Dennis, der gewonnen hat. Und einem eher weniger glücklichen Dennis. Und ich war auch mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an euch, dass ihr überhaupt da wart. Und dass du in meinem Team gespielt hast. Und ja, damit kommen wir wirklich zum Ende jetzt. Ich hoffe euch hat die Folge OBS Hardcore Spezial gefallen. Kommentiert fleißig in den Kommentaren. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Und teilt das Video wie immer mit allen Leuten, die ihr so kennt. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Lasst uns ein Kommi da. , die sitzt in und geht es um resposta zu euch. Du bist nuee. Zuhörer bis VocêsТ